Hey Leute, ich bin heute mal wieder zu Besuch bei der Berliner S-Bahn im Yard, in welchem wir uns als Jugendlicher sehr, sehr gern gewesen und wir checken heute mal ein paar neue Features. Tja, die S-Bahn hat ja einige Neuerungen, ne? 27.000 Neusitze. Oh, interessant. 5.000 neue Kameras sehen und gesehen werden. 32.000 Quadratmeter neuen Bodenbelag. Ich meine, wer hat das schon? Neue Taster, 12.000, könnte alles schön mal durchzählen. Und hier haben wir auf jeden Fall, worüber ich mich am meisten freue, Haltestangen. Und das ist eine Schwenkschiene-Flügeltür. Ist da Bescheid? Und tiefschwarz. Neuer Zug, neuer Lack. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.